Musik 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 So hier müssen wir gerade aus Musik 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 Ich glaube irgendwas ist gerade mit den Spiegeln passiert Musik 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 Okay Was habe ich jetzt da gedrückt dass die Spiegel Musik 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 das Spiel gehen nicht mehr ich habe Scheiße ohne Spiegel Hallo Mann, jetzt sehe ich zum Beispiel nicht ob hier links neben mir ein O durch ist doch mega der Scheiß So Ups, bin ich auf dem Bordstein gefahren Ja, guck, da waren sogar ganz viele Toll, supi Hi Hallo Oh Grün! Bleib grün, bleib grüün Ja, Gott sei denn So Ist da, bitte hallo guten Tag hallo wieder rum ein Ticket ein Ticket aber sicher doch bitte sie auch noch oder ja nein sie noch einmal Student einmal Student ähm Student 10 Euro kriegst du hier bisschen Kleingeld hallo Invalid sieht aber nicht so aus, als ob sie Invalid sind ähm so glaub gut ich glaub du möchtest auch noch rein oh man guten Tag so jetzt aber jetzt grad rot es wird rot es wird rot was ist was ist da eigentlich oh oh ah 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 das wenn jetzt wie die will jetzt einsteigen oder was so so was ich fahr jetzt einfach mal links bei ich glaub das ist nicht mehr weit weg oder doch schon so die haben schon rot und jetzt ganz Licht angemacht soll ich es vielleicht aum machen so kann was ich jetzt los boah guck das hätte ich schon ein Stück den Spiegel gesehen aber da der jetzt ja nicht geht klasse ah jetzt geht er wieder oh ich bin so hier ist die nächste Haltestelle so so okay okay das ist jetzt gut dass die Spiegel wieder gehen ups weil ohne Spiegel bin ich hier eigentlich 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 ja was ist denn jetzt schon wieder jetzt geht die Spiegel schon wieder nicht oh man hm ne hier muss ich nicht anhalten außendemperatur minus zwölf grad nicht schlecht toll es gehen die Spiegel wieder nicht ich fahr einfach das langsam habe ich es raus mit dem blöden Anhänger hinten drin pfff 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 das war knapp ah jetzt ging die die mit den Spielen los sagt man ja jetzt das ist das so mal einfach immer mal die Haltestellenbremse rein weil die bremst eh immer noch und dann würde ich mal sagen fahren mit ihnen das letzte Stückchen fahren wir mal mit der Außenansicht ist der einsteigen oder willst du nicht einsteigen ja komm geht zu so durchgrat jetzt ist grün machten wir in ich habe wieder eine Schlange hinter mir das Bremsen hat sich auch geilen beim Schnee die alle abgebogen was ist denn das für miese irgendwas wir wollen links und dann sehen wir auch gleich schon am Bahnhof und dann ist die Folge auch vorbei und habt ihr so einen kleinen Einblick gesehen Prozent von meiner Rote dieses sein Bohr und da noch ein Schneesturm Gott sei Dank muss jetzt nicht draußen laufen so wie die ganzen Leute da mhm boah ey geh der Schneesturm durch den Bus durch okay leichter Fail ich glaube ich sollte die Dachluben schließen äh äh Scheiße wo geht denn das Dachluben okay jetzt sind sie zu aber der schwebt trotzdem durch boah boah das ist mir jetzt hallo hä 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 so was war das jetzt darf ich dem nicht zu zu dicht auf fahren oder was aber warum fährt die denn das ist doch so eine Logik von dem Spiel so und halte ich jetzt Abstand merukt kommen 率 kröhn 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 krön kröhn 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 krön kröhn jetzt wohl ein schlechter Witz meine Fresse noch mal wir sind für ein Kack-Auto so ich sehe jetzt mal 0,0 von der Straße wo wir die wie die fahrzeugen und dann wird das Ende erreicht ich glaube die ist gleich hier wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen wieder ist gar niemand mehr drin doch würde ich einfach mal sagen fahren wir noch in den Betriebshof zurück haben wir nicht bremst jetzt schaltet sich da das Eis ein ja und bin ich Gas geben so den Rest fahren wir aber jetzt mal wirklich mit der Oßenansicht so den Rest fahren wir aber jetzt mal sehr klar immer wenig die Haltestellenbremse einlegt dann wird es grün war noch nie anders so dazu sage ich mal nichts das das war ja auch nicht ohne so ist doch einmal hier links dann hier links ja hier links um um okay jetzt muss ich überlegen welches wir einfahren können jetzt muss ich überlegen welches wir einfahren können der Wind ist der Wind ist so und dann hoffe ich einfach mal mit dem Mut aus ach egal ich hoffe einfach mal es hat euch gefallen hier meine Route bitte falls ihr die auch mal fahren möchte dann sagt es einfach dann stelle ich die natürlich zum Download bereit und dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen Upsa und bis zum nächsten Mal Tschüss